Warum würdest du die Rapid Extrem einem Kollegen weiterempfehlen? Aus dem selben Punkt, eben weil es gut deckt, weil es schön zum Verarbeiten ist. Für welchen Einsatz ist die Rapid Extrem deiner Meinung nach optimal geeignet? Für einen Renovierungsanstrich, wenn man extrem verdreckte Wände hat oder auch farbige Wände. Was hat die jetzt an der Rapid Extrem beeindruckt? Die hohe Deckkraft eigentlich und der hohe Weisheitsgrad. Okay, gut. Welche Erwartungen hattest du im Vorfeld an die Rapid Extrem? Das gut deckt, ja eigentlich das, was die Nova verspricht. Okay. Warum würdest du die Rapid Extrem einem Kollegen weiterempfehlen? Aus dem selben Grund, eben weil es gut deckt, weil es schön zum Verarbeiten ist. Hat die Rapid Extrem bei dir in der Challenge gewonnen? Ja, definitiv.